Und darlin, where do we go? Und das ist der Abflug zur ersten Halbzeit. Und das ist der Abflug zur ersten Halbzeit. Und das ist der Abflug zur ersten Halbzeit. Applaus 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 Und in der 78. Spielminute, der dritte und letzte Mechsler auf Seite des FC Areld. Anstelle des Käpt'n Nr. 6, Sandro Burki, können wir spielen mit Nr. 47, Patrick Rossi. Applaus 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 Applaus